Wird es Sie überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass die Navy Ihnen etwas über 160 tödliche Treffer anrechnet? Ich sag's dir nicht oft genug, ich bin so stolz auf dich. Und du bist so ein toller Vater. Also keine Sorge darüber, was passieren könnte? Ich bin bereit, vor meinen Schöpfer zu treten und mich für jeden Schuss zu verantworten. Gib sie nicht auf. Lass das fallen. Du bist in Deutschland, oder? Ich bin in den Staaten. Du bist zu Hause? Was? Wo steckst du? Ich hab wohl etwas Zeit gebraucht. Das Einzige, was mich verfolgt, sind all die, die ich nicht retten konnte. Hey! Kümmert Sie sich um meine Tochter! So, Frau! Ich bin so weit. Oh mein Gott! Ich komme jetzt nach Hause. Aber bist du Doc, dann könnte es ab da anfangen, ein bisschen sonderbar zu werden. Michael...